Ich nehme ja gerade auf. Ich auch. Elektrische Abschreckung online. Die Drohne bewegt sich ohne sie keinen Schritt. Elektrische Abschreckung online. Kurzübertragung über das Teuchgefühl. Abgeschlossen. Die Methäne ist gefallen. Ich bin getroffen. Feuer einstellen. Repulso aktiviert. Bring sie weg zurück. Ah, das wird ein Run. Ein Todesrun. Ja, die spawnen ja ewig nachts. Also... Ungewinnbare Welle. Schlage Feinde zurück. Wenn nicht jetzt, dann nie. Wenn nicht jetzt, dann nie. Das finde ich auch geil. Durchgefühl. Die Drohne haben sich ohne sieben. Setze neue Warnschock ein. Oh, Raven, du hast mir schon wieder die Granaten aus der Box geklaut. Schrecke Feinde ab. Was ist das? Komm mal, ich bin jetzt. Schalte wirklich. Gegner wird entschmutig. Upload bestätigt. Schalte ab. Was ist denn da denn? Den Bug habe ich noch nie genommen. Ich hatte diesen Bug auch noch nicht. Aber ich hatte auch, als ich dieses Duo mit Mikael gemacht hat, Bugs, die ich vorher auch noch nie hatte. Krampflöte. Und Polen auch. Da habe ich auch noch nicht ein bisschen Bug, wie er rausgegangen ist. Hohne. Ich war blutet. In der Login' Bug. Also, das hatte ich auch nicht. Ich glaube, ich hatte den Bug auch schon gemacht. Aber Zauber gewählt und jetzt groß ist. Braucht es nicht. Die Mitglieder ist gefallen. Die Drohne bewegt sich ohne CK-Anscheid. Upload wird durchgeführt. Systeme werden heruntergefahren. Repulsor aktiviert. Versuche Abschreckung. Repulsor aktiviert. Upload der Kerndaten-Dateien wird durchgeführt. Trecke Feinde ab. Setze Elektroschockwaffen ein. Trecke Feinde ab. Setze Elektroschockwaffen ein. Trotzübertragung wird durchgeführt. Abgeschlossen. Halte ab. Die Drohne bewegt sich. Elektrische Abschreckung online. Daten-Upload wird durchgeführt. Entschuldigt. Die Mitglied in Schwierigkeiten. Halte ab. Gute Arbeit. Sie müssen in der Nähe der Drohne bleiben. Setze mal Radverschock ein. Kurzübertragung wird durchgeführt. Abgeschlossen. Halte ab. Elektrische Abschreckung. Die Drohne bewegt sich ohne sie keinen Schritt. Die Drohne bewegt sich ohne sie keinen Schritt. Schalte ab! Elektrische Abschaltungen runter. Dann abbrechen die Elektrofahrung. Die Drohne verbaut. Schlagefeinde zurück. also ich krieg aber richtig das sollten wir glatt zu Bioware einschicken das Video